Aufnahme in die Waldkirche Noch ehe das Horn-Signal verklang, waren alle auf der Wiese versammelt. Zunächst ging es sehr laut zu, doch als Sergej in die Mitte trat, wurde es allmählich ganz still. Einige Kinder saßen auf umgestürzten Baumstämmen, die anderen auf dem Gras. Die Gruppenleiterinnen und die Besucher standen oder saßen etwas abseits. Sergej bat die Anwesenden, sich zum Gebet zu erheben, und nachdem alle ihre Plätze wieder eingenommen hatten, gab er bekannt, »Heute sind zwei neue Teilnehmer angekommen. Sie wollen den Rest der Freizeit mit uns in der Waldkirche verbringen.« Dann wandte er sich an Valja und Katja, die hinten saßen. »Kommt bitte nach vorne. Wir möchten euch einige Fragen stellen.« Natascha flüsterte Valja ermutigend zu, »Habt keine Angst. Wir haben alle genauso angefangen.« Und doch war Valja und Katja etwas mulmig zumute, als sie nach vorne gingen, denn Dutzende von Augenpaaren waren neugierig auf sie gerichtet. Sergej wandte sich zu ihnen. Die meisten hier sind Kinder, deren Väter in Gefangenschaft sind oder vor kurzem entlassen wurden. Einige von uns sehen ihre Väter nur sehr selten, auch wenn diese nicht im Gefängnis sind. Weil sie einen Dienst in der Gemeinde tun, werden sie von den Behörden gesucht und können deshalb nicht zu Hause wohnen. Wir nennen uns Waldkirche. Die meisten von uns sind fast den ganzen Sommer hier. Deshalb schreiben wir von Zeit zu Zeit Briefe an unsere Eltern, damit sie wissen, wie es uns geht. Die Briefe werden dann von unseren Besuchern weitergeleitet. Damit die Behörden nicht erfahren, wo genau wir uns befinden, schreiben wir als Absender, aus der Kirche, die im Zarenreich der Wespen, im Staat der Mücken und im Land der Wildschweine liegt. Es gibt hier im Wald nämlich viele Wespen, Mücken und Wildschweine. Wir wissen aber auch, sollte die Polizei erfahren, wo wir sind, so würde es uns selbst vielleicht nicht besonders treffen, aber Onkel Pavel und die Gruppenleiterinnen würden dann übel dran sein. Deshalb ist ein jeder verpflichtet, ihre Anordnungen genau zu befolgen und gehorsam zu sein. Onkel Pavel ist unser Gemeindeleiter. Die älteren Jungen gehören zum Bruderrat. Wir kommen zusammen, um mit Onkel Pavel die Ordnung des Tages und so manches andere zu besprechen. Der Bruderrat bestimmt den Leiter des Gottesdienstes und der muss dann sagen, wer die Predigten halten soll. Am Gottesdienst, der täglich nach dem Abendbrot durchgeführt wird, kann sich ein jeder mit Gedichten, Bibelfersen oder Liedern beteiligen. Wir alle sind in fünf Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenleiterinnen heißen Tante Lydia, Tante Ljuba, Tante Ludmilla, Tante Anna und Tante Vera. Dabei zeigte Sergej mit der Hand jeweils auf die betreffende Person. Außerdem haben wir einen Chor. Nina führt die Übungsstunden durch und Sveta und Nadja helfen ihr dabei. Unser Motto ist, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Es steht im Matthäusevangelium Kapitel 7, Vers 12. Seid ihr bereit, so zu handeln? Valia und Katja wechselten einen Blick miteinander. Gerade von einer solchen Gemeinschaft hatten sie ja geträumt. Froh nickten beide mit den Köpfen. Einverstanden. Dann sagte Sergej zu allen Anwesenden, wer eine Frage hat, kann sie jetzt stellen. Sofort kamen viele Fragen. Aus welcher Stadt seid ihr? Wir kommen aus Uslabinsk. Wie viele Kinder seid ihr in der Familie? Wir sind acht Geschwister. Wo ist euer Vater? Wie oft war er im Gefängnis? Er wurde zweimal verhaftet. Beim ersten Mal bekam er drei Jahre. Nach seiner Entlassung war er nur dreieinhalb Monate zu Hause. Dann wurde er wieder verhaftet und bekam fünf Jahre. Erst vor einem Monat ist er wieder nach Hause gekommen. Nun stellte auch Tante Liuba eine Frage. Seid ihr eurer Mama immer gehorsam? Sie hat es bestimmt oft sehr schwer, wenn euer Vater so wenig zu Hause ist. Valia schwieg eine Weile und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Aufmerksam schauten sie alle an. Schließlich sagte sie. Wir haben schon seit sechs Jahren keine Mama mehr. Sie war oft krank, aber immer sehr lieb zu uns. Als Vater zum ersten Mal verhaftet wurde, hatte sie es sehr schwer. Doch sie war immer glücklich. Sie lehrte uns das Beten. Und wenn wir sie immer wieder fragten, wann kommt Papa nach Hause, dann sagte sie, er wird kommen. Ganz bestimmt. Wir wollen nur immer für ihn beten. Ein halbes Jahr, bevor unser Vater heimkam, wurde sie sehr krank und starb. Ich war damals sechs Jahre alt, unsere älteste Schwester elf Jahre und die jüngste gerade ein Jahr alt. Papa durfte nicht einmal zur Beerdigung aus dem Straflager kommen. Walia wischte sich die Tränen ab. Dann fragte Tante Liuba, wer hat denn für euch gesorgt? Wir waren bei Oma, erwiderte Walia. Viele Gläubige haben uns geholfen. Dann kam Papa nach Hause. Wie sehr haben wir uns darüber gefreut. Zusammen mit ihm gingen wir zum Gottesdienst und besuchten den Friedhof, wo unsere Mama begraben liegt. Aber das Beste war, wenn wir abends zusammensaßen und Papa uns biblische Geschichten erzählte. Und immer wieder sagte er, Kinder, lebt so, dass wir einst im Himmel mit unserer Mama wieder vereint sind. Auf der Waldwiese wurde es ganz still. Nur die Lerchen sangen weiter ihre fröhlichen Sommerlieder und ab und zu bewegte ein leiser Lufthauch die Haare der Kinder. Katja blickte ihre Schwester an und wollte ihr helfen, indem sie fortfuhr. Doch Papa konnte nicht lange bei uns bleiben. Immer wieder kam die Polizei. Die Gottesdienste wurden gestört. Und nach dreieinhalb Monaten wurde er wieder verhaftet. Das Gericht verurteilte ihn zu fünf Jahren lagerhaft. Und wir Kinder sollten in ein staatliches Erziehungsheim kommen. Oh, und wie seid ihr diesem schrecklichen Schicksal entgangen? fragte Sergej. Wir haben eine mutige Oma, lächelte Valja. Sie zog mit uns nach Ustlabings, wo Papas Schwester wohnte. Gott erhörte unsere Gebete und die vieler Gläubigen. Und wir durften bei Oma bleiben. Keiner von uns wurde in ein Erziehungsheim gebracht. Habt ihr euren Vater auch mal im Straflager besucht? Oh ja, das war zwar nur einmal im Jahr möglich, aber es war für uns umso wichtiger. Dieser Tag war immer das schönste Fest im Jahr. Oma und die Tante nahmen uns mit und so konnten wir Papa trösten. Jetzt ist er schon einen Monat wieder zu Hause. Besucht ihr die Gottesdienste in der Gemeinde und gibt es bei euch auch eine Kindergruppe? Ja, wir besuchen die Gottesdienste und auch die Sonntagsschule. Habt ihr persönlich eine Bibel oder ein Evangelium? Wir haben ein Evangelium. Es gehört uns zusammen. Kennt ihr das Gebet Vaterunser auswendig? Valja sagte das Gebet auswendig auf. Dann sagte Sergej, wir möchten euch noch auf das Verhalten gegeneinander aufmerksam machen. Wir haben beschlossen, wie es auch im Motto heißt, dem anderen nichts zuzufügen, was man selber nicht erleben möchte. Wenn einer jemanden beleidigt oder ihm sonst etwas antut, dann muss er dies in Ordnung bringen. Es gilt auch, den Gruppenleiterinnen gegenüber gehorsam zu sein. Ist jemand unartig und lässt er sich nichts sagen, so wird er auf allgemeinem Beschluss eine Zeit lang für aussätzig erklärt, bis er sein Unrecht einsieht. Das heißt also, dass der Betreffende nicht mit allen anderen zusammen am Tisch essen kann. Er darf an keinen Ausflügen teilnehmen und er wohnt den Gottesdiensten nur von Ferne bei. So wie jetzt die zwei Jungen da hinten. Dabei wies Sergej mit der Hand nach hinten, wo zwei Jungen auf Baumstämmen saßen und aufmerksam zuhörten. Alle Köpfe wandten sich in die Richtung, die sein Finger wies. Die sogenannten Aussätzigen wurden rot und wandten sich ab. Ihr Verhalten zeigte deutlich, dass die Strafe für sie wirksam war. Sergej fuhr fort. Wenn der Bestrafte sein Verhalten bereut, so kann er sich jederzeit bei Onkel Pavel oder Tante Lydia melden. Die sprechen dann mit ihm und stellen fest, ob es ihm wirklich leid tut. Und danach wird der Betreffende wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Wir hoffen aber, dass wir immer im Frieden miteinander leben werden. Sergej wandte sich an alle Anwesenden. Wer dafür ist, Valja und Katja in unsere Gemeinschaft aufzunehmen, hebe bitte die Hand. Alle Hände flogen hoch. Und so wurden Valja und Katja in die Waldkirche aufgenommen. Dann kam Onkel Pavel nach vorne und sagte, Valja und Katja, auch ich freue mich, dass ihr hier sein könnt. Ich möchte jedem von euch das Büchlein Hilfe von oben schenken. Darin sind verschiedene Bibelferse abgedruckt. Wir versuchen jeden Tag einige Verse auswendig zu lernen und ich wünsche, dass ihr es auch tut. Am Ende der Freizeit werden wir einen Wettbewerb durchführen, um festzustellen, wer am meisten gelernt hat. Mit diesen Worten überreichte Onkel Pavel den beiden Mädchen die Bücher. Nach dem gemeinsamen Gebet schlug Sergej vor, noch ein Lied zu singen. Danach meinte ein Junge namens André, »Wir haben heute Gäste, nämlich Michael Iwanowitsch und den Fahrer. Lasst uns sie doch auch in unsere Waldkirche aufnehmen.« »Nun, das geht wohl schlecht«, meinte Michael Iwanowitsch. »Wir fahren ja heute Abend schon wieder weg.« Doch den Kindern gefiel diese Idee. Ein Mädchen namens Lisa sagte, »Das macht nichts. Es ist sogar gut, dass sie wegfahren.« »Warum?«, fragte Michael Iwanowitsch. »Wir nehmen sie auf und dann gehen sie von unserer Waldkirche aus auf Reisen. Wenn die das nächste Mal kommen, dann müssen sie uns erzählen, wie Gott ihre Arbeit gesegnet hat.« »Na ja, wenn das so ist, dann bin ich einverstanden.« Alle waren von diesem Vorschlag begeistert. Die meisten kannten Michael Iwanowitsch schon und wussten, wie gut er erzählen konnte. Sergej bat diejenigen, die einverstanden waren, die Hände hochzuheben. Als Michael Iwanowitsch sich umschaute, sah er, wie auch die zwei Aussätzigen lächelnd beide Hände hoben. So war auch seine Mitgliedschaft in der Waldkirche bestätigt. Damit wurde die Versammlung beendet und bis zum Mittagessen blieb noch etwas Zeit zum Spielen.